Es ist die deutsche Wirtschaftsnachricht schlechthin. Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC kommt nach Sachsen. In Dresden sollen ab 2027 Mikrochips für die Autoindustrie entstehen. Eine milliardenschwere Ankündigung, die auch bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Perna großes Interesse auslöst. Man muss ja sagen, dass bisher nur nordamerikanische und europäische Unternehmen waren. Infineon, Global Fronties, Siemens, Bosch. Das sind alles aus der westlichen Sphäre. Und dass sich jetzt jemand aus dem asiatischen Raum und dazu noch der Weltmarktführer für den Cluster Dresden in Ostdeutschland entscheidet, Intel hat ja diese Entscheidung für Magdeburg auch schon getroffen, ist für Ostdeutschland und für Sachsen ein Riesenfund. Gemessen an der Börsenkapitalisierung zählt TSMC zu den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt. Entsprechend deutlich ordneten Sachsens Spitzenpolitiker die Ansiedlung am Mittwoch ein. Diese Entscheidung ist vermutlich genauso bedeutend wie die erste Ansiedlung von Siemens damals hier am Standort Dresden, weil es der Technologieführer ist, weil es die Möglichkeit gibt, jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Sensortechnik, des Automobilbaus weiter diesen Wirtschaftsraum zu entwickeln. Besagter Wirtschaftsraum soll Böhmen, Schlesien und Sachsen umfassen. Ein derart prestigeträchtiges Vorhaben hätte deshalb auch Perna gut zu Gesicht gestanden. Die Möglichkeit dazu bot der geplante Industriepark Oberelbe, wie Christian Flörke verrät. Gleich zweimal hatte TSMC das Areal als Standort für ihr Werk geprüft. Wir müssen aber ganz klar sagen, der Ipo ist mit seinen Möglichkeiten, was die Infrastruktur betrifft, nur begrenzt geeignet, um wirklich so einen originären Schiphersteller anzusiedeln, weil die immense Anforderungen an die Medien haben. Insbesondere im Bereich Trinkwasserversorgung, dann logischerweise auch die gleiche Menge in der Abwasserentsorgung und darüber hinaus beim Strom. Man hätte das sicherlich auch für den Ipo hinkriegen können auf unserer Premiumfläche. Flächenmäßig hätte das gepasst, aber wir hätten uns schon sehr anstrengen müssen, um diese hohen Anforderungen an die Infrastruktur bieten zu können. Das Werk des Chipgiganten in direkter Nachbarschaft bietet dennoch große Chancen. Gerade für Zulieferer ist der geplante Ipo nun noch attraktiver, findet Flörke. Ähnlich sieht das Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Gleichzeitig äußerte der Politiker am Mittwoch eine klare Forderung in Richtung TSMC. Ich erwarte aber auch, dass diese Entscheidung von TSMC eine Entscheidung für unsere sächsische Wirtschaft, für unseren sächsischen Mittelstand ist, die genauso Aufträge erhalten sollen, die genauso Teil von Lieferketten sein sollen. Wo auch klar ist, dass TSMC gemeinsam mit Infini, Bosch, NXP auch selber für die Ausbildung Verantwortung sich trägt. Auch das ist wichtig, um ein Signal in die sächsische Wirtschaft hineinzugeben, dass es ein gemeinsames Erfolgsprojekt werden soll. Die Ansiedlung der ersten europäischen TSMC-Fabrik soll 2000 neue Arbeitsplätze bringen. Etwa doppelt so viele könnten im Industriepark Oberelbe geschaffen werden, wenn er denn kommt. Über den neuesten Planungsstand will der Zweckverband in Kürze informieren. Geplant ist ein Bürgerdialog am 30. August in der Herderhalle Pirna.